Hallo, hier ist wieder euer Minecraft Gamer und heute mache ich ein Video von Minecraft und das wird ihr in Minecraft niemals glauben. Und viele Leute sagen, dass das Quatsch ist und, ähm, also manche Leute, nicht jetzt viele, aber trotzdem halt, die denken, dass sowas sich geht und, ähm, die, die sagen, das ist Quatsch und das hört sich echt auch so an wie ein Quatsch. Und mal gucken, ob es echt klappt oder ob das halt ein echten Quatsch ist. Und zwar im Netter und im Ende, wenn man ein Bett hinstellt, ob das Bett explodiert. Hört sich echt komisch an, aber mal gucken, ob es klappt. So, erstmal gehen wir mal ins Ende rein. Ähm, oh, ich brauche erstmal ein Bett. Und, ähm, halt, ja, das gucken wir jetzt an. Zack, da ist ein Bett. Und ab ins Netter. Äh, was für Netter. Ende, sorry. Ich verwechsele es immer. Also, eigentlich verwechsele ich es nie. Aber heute... Es ist halt... Was ist das denn? Lol. Egal. Ein Schweinchen ist, glaube ich, hier aus Versehen reingegangen. Und, ähm, ist wahrscheinlich gestorben. Keine Ahnung. Und mal gucken, ob es echt sowas klappt. Och, du Scheiße. Und wie man sieht, klappt es doch noch. Aber das heißt noch nicht, dass es richtig ist. Weil... Die Frage war im Netter und im Ende. Im Ende knappt es. Aber ob es im Netter klappt? Keine Ahnung. Und das gucken wir jetzt an. Aber es ist echt irgendwie komisch, dass ein Bett einfach so explodiert. Und ja. Und dann ab zum Netter. Und... Jo. Jetzt muss ich kurz ganz schnell... Egal. Ich baue ganz schnell hier ein Netterportal hin. Wie heißt das nochmal? Also, ein Obsidian brauche ich erstmal. Da. Und Feuerzeug. Feuerzeug. Da. Und jetzt bauen wir es ganz schnell. Zack, zack. Zack, 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 zack. Dann eins, zwei... Ach, was mache ich? Zwei, drei... Oh, nee, ey. Warum fliege ich nicht direkt, ey? So. Jetzt muss ich ein bisschen runter. Jetzt komme ich auch nicht runter. Diese Scheiße, ich kapiere das nicht. Irgendwie am Video aufnehmen. Buggt das vielleicht. Irgendwie leckt das voll. Also nicht lecken, aber irgendwie... Ähm... Also es... Man kann irgendwie nicht fliegen. Was mache ich? Okay, man kann schon fliegen, aber dann nicht mehr runter. Irgendwie. Aber jetzt habe ich es geschafft. Komm doch runter, diese... Oh, verdammte Scheiße. Was ist das? Komm jetzt. Oh, ich hasse das, ey. Okay, ähm... Ich probiere mal jetzt hier runter zu kommen und dann... Bin ich wieder bei euch. Und ich bin wieder hier. Endlich bin ich runtergekommen. Und ja. Jetzt gehen wir ins Ende rein. Und... Ich brauche jetzt wieder ein Bett. Ich bräuchte jetzt wieder ein Bett, 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 Bett. Bett, 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 Bett. Äh, was schreibe ich hier hin? Ähm... Jetzt müssen wir kurz ins Ende da rein. Aha, wir sind drin. Was ist das? Was ist das? So. Und mal schauen, ob es klappt. So, ein Bett hinstellen und schlafen. Scheiße. Und wie ihr seht, klappt es auch in der Unterwelt, aber auch, also halt im Netter und im Ende. Und damit ist die Antwort klar. Die Antwort ist richtig. Also, es ist richtig. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Macht's gut. Ciao, ciao.